Euer Team unterwegs. Viel Griff! Brutus 1, Zeus hier. Wir treffen uns hier am Heliplatz. Dort sollten wir alles kriegen, was wir brauchen. Wir treffen uns hier im Hintergrund. Wir treffen uns hier an. Wir treffen uns hier. Findet ein ZETCOM In Ordnung. Ich brauche Remote-Zugriff. Ausgesperrt! Sie sind verfluchten PFC-Wichser. Ihr müsst das Passwort finden. Schaut hier mal nach. Einbeschaffend! Das ist ein Tauch. Da ist der Cheftechniker. Eliminiert ihn und schnappt euch die Codes. Geht zum Heliplast und greift auf das Fettkopf. Geht zum Heliplast und schnappt euch. 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 Ich bin der Fall, ich bin der Fall. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ah, ist das? Okay, hier befindet sich eine mehrere Millionen Dollar eure Militäranlage Reißen zusammen, Voodoo! Ich glaube nicht Was ist das? 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 Ja, stop! Stop! Toll! Weitere Telemittlieb gefeilt! Setz die Mission fort! Ah! ich darf nicht aufgeben muss hier weg